Hey, ihr habt mehr so ordentliche Haarfrisuren, so seh ich schon, ne? Aber die meisten Frauen stehen auch mit so ordentlichen Haarfrisuren, mehr so auf den verwegenden Typen, so wie auf mich, ne? Ey, seit 1989 hab ich mir die Haare nicht mehr so geschnitten. Das ist ein Zeichen meiner Individualität, das ist Ausdruck meiner Individualität, ey. Was soll das denn heißen, ey? Das sind meine Haare. Ich will heute wieder aus, komm mal her. Bei der Haare verdübt die Haare und so. Kann ich wenigstens mal im Nacken mir längere waschen lassen? Ja. Musik